jo leute und damit willkommen zur pokémon challenge mit flash mit centus mir hat so ein kleiner fehler passiert und zwar anstatt zu speichern nur habe ich die batterie neu geladen von dem emulator also hat er beim letzten speicherpunkt ist er gelandet dann meins warum ich immer so sicher noch ja das wollte ich ja gerade machen statt shift habe ich erst der g und f1 gedrückt ja das ist natürlich das ist natürlich blödsinn das würde ich sagen ich habe mich verdrückt das unlogische bei pokémon ist jetzt gerade in dieser city der polizist steht vor dem haus es wurde von team rocket ausgeraubt der typ stehen hinten im garten und ich muss danach hin und den verprügeln die polizei wieder zu dumm ist hier aber ich kann mich denn noch mal hier weg nämlich auch zu glauben nein muss ich jetzt schon gegen blau kämpfen auch fick dich doch ja musste würde ich dir sagen er hat auch schon taubo klar ist da nicht bei dir rot eigentlich auch blau er kannst du namen auswählen so nach hast ihm blau genannt er gab so einen namen vorab die du auswählen konntest auch kommen ja dieser sam kann gegen mein schluck sowieso alter zu dem verpissen tschüss wollen wir noch mal gegeneinander kämpfen ja jetzt müsst ihr es doppelt sehen naja passiert dann gibt's auch nein nicht noch mal so jetzt geht's ab er kommt du hast jetzt auch gerade ein fehl gehabt generell für weiter sich noch in der höhle ja und macht er nicht wie schnell man durch ist es geht darum wie gut man die pokémon hat es geht auch darum wer ist es alle ordnen ganz zusammen top 4 durch champion und mutua hat alles aus dem youtube werde ich als schnellste bestimmt könnte erreichen aber das andere dauert länger ja ich werde ich idiot kleinstein nicht den kampf schicken ja wach doch mal dich auf glutex so das pipi haben wir glutex aus dem schlafen gebracht sowas hast ich ne ja ich hatte den vorteil wie gesagt mein zweites pokémon oder meine klasse war ja wasser das heißt ich hatte mein chillock schon ziemlich hoch trainer pipi war das eben dann rennen wir noch mal durch die ganze höhle so sammeln die items ein kämpfen gegen die trainer was ich generell eigentlich immer auslässt ne ich trainiere ich klatsche alle pokémon trainer da weg aus dem triftigen grund dann hast du die nachher nicht nervig noch bald hier da rumfliegen blablabla ich bin räuber blablabla genau das hatte ich gerade auch irgendwann da oh blablabla ja ich hab nen schaden ich weiß nein ich will nicht bei euch beitreten tschüss komm schon kratzer wusch komm weg tschüss ein ratz ratz nässige fratze alter haut ab hier ok mit kratzer füge ich ratze mehr schaden zu als mit glute ahja auch unlogisch ne pokémon ja das unlogische spiel der zeiten naja wer sagt dass ein spiel eigentlich logisch sein muss immer he ein spiel muss logisch sein sagst du so ein knuff fenster ne brauche ich nicht mehr zubat blick dich zubat sind geil jetzt bin ich auch noch auf den silberblick gekommen aus Versehen na komm aber denke ich verteidigen also tschüss ruckzuck hiep für das item haben tschüss tschüss oh das war schon da zu weit ich will den pokepel haben ehrlich warum taucht hier ein dauernd zubat auf tschüss kann mir das jemand sagen ne ich glaube ich hab mehr zubats als kein stein skill ach ne ich hab ja noch kein kleinstein gesehen äh also zumindest hier in der höhle äh da musst du samtags ranhalten hm dass du das bekommst ja ich weiß weil kleinstein finde ich so anfangsmäßig bisschen beschissen aber so nachher mit georock und geowatz ist das gar nicht mal schlecht hm mhm ja geowatz ist aber nur durchtauscht ja aber wenn du sie hast dann hast du die dann sind die voll geil ja dann Magnetilo yay komm ihr verpiss dich was hast du genommen das tomo oder das selix fossil äh das hex das rechte das caputo fossil hm glaub ich nehme mir das ammonitas fossil glaub ich hab ich früher auch immer genommen gehabt ich hab da auch gar nicht drauf geachtet immer ne 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 wow ich weiß dass du das abgeben kannst aber ich weiß auch gar nicht ab welcher arena man einen schneider haben kann weiß ich nicht wunderbar man vor allem ähm caputo ist ja irgendwie wasserboden pokémon ne soweit ich weiß du musst sie nachgucken nicht besiegen aber gut ein kleinstein endlich ach ne nicht kleinstein den kampf schicken kleinstein wird das nie überleben der faggot guck aber los komm fang 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 bleib drin oh super gefangen gefangen jo und ein bisschen leben runterhauen ne jo ich musste teckel einsetzen damit ich das schaffe ich hab kratzer eingesetzt warte mal ähm status stein trank kleinstein ist gestein boden also beides so ist es gut ja problem ist du brauchst nachher wieder boden pokémon für später oder ein gestein was du als eh nächstes kriegst ja ich brauch boden für misty boden und feuer ja ich brauch gestein boden und feuer ich bin echt so gut in sowas tausch ja ruckzuck hieb tschüss vielleicht dann gegen raupi was kannst du kleinstein nur teckel bleh fuck und danach steinwurf hm man hat raupi mir wenig abgezogen ein kp nur das ist auch gut kann ich mit kleinstein erstmal schön raupi angreifen und schön ep zu kriegen dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Ja, da geh ich doch hin, später. Dann darfst du auf dem Boot kämpfen. Das ist eh die nächste Arena, wo du hin musst. Ehrlich, setz doch immer weiter die Härten ein. Deine Verteidigung immer höher, du dummes Misti. So, ist jetzt... Ah, jetzt ist der Typ auch da weg, okay. Naja, jetzt kannst du auch durch. Ich muss erst die Arena gemacht haben. Nee, nee, der Typ ist hinten im Garten. Jetzt kann ich den Typ auch da besiegen. Ich weiß gar nicht, weil Misti da in der Höhle, äh, in der Arena war. Hm? Musst du es denn nicht, Misti, irgendwo finden? Musst du, bist du Bildsaus sucht. Ja, und dann den Typen wieder umwandeln, da. Und dann ist die schon in der, in der Arena da drin? Ja, ja. Okay, da kann ich ja gleich schon Misti machen, ohne zu trainieren, oder? Na, ich trainiere gleich. Na ja, welche Level sind denn der Pokémon? Äh, Pokémon sind bei mir... Da ich mit Kleinstein will ich eigentlich nur entwickeln. Level 16 und Tauboga Level 25. Wird knapp. Okay, bei ihre sind so, ich glaube, 18, 19 oder 21. Ja, ich sag, wird knapp. In der Zeit kann ich ja mal hier den Untergrund durchgehen hier. Ich glaube, Stendu ist 18 und Stammy ist 21. So war das, glaube ich. Gucken, ob ich mal... Ist das so weit, dass du speichern kannst zum Beenden? Ähm, Mautzi, warte, ich besiege den Mautzi hier. Dann stelle ich mich mal hier vor und kann eigentlich beenden. Und wenn wir sagen, bis zum nächsten Mal bei Pokémon. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.